Herzlich willkommen zu einem neuen Video Ausschuss Report zum Digitalausschuss vom 9. Juni 2021. Diesmal haben wir uns eigentlich nur mit Gutachten beschäftigt. Mit drei an der Zahl auf zwei davon möchte ich etwas näher eingehen. Einmal ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums zum Stand der Digitalisierung in Deutschland und den Lehren, die wir in dieser Hinsicht aus der Corona-Krise gezogen haben. Und zum Zweiten ein UNESCO-Gutachten zur Lage des Internets und der digitalen Sphäre in Deutschland. Dass wir übrigens nur über drei Gutachten gesprochen haben, hat unter anderem den Grund, dass die Linksfraktion als einzige den Staatstrojaner im Digitalausschuss debattieren wollte und alle anderen fünf Fraktionen leider nicht. Also kam er nicht zur Sprache. Sehr bedauerlich, denn das sind extreme Grundrechtseinschränkungen, die nach meiner festen Überzeugung absolut verfassungswidrig und verabscheuenswürdig sind. Shame on you SPD, dass ihr dabei mitmacht. Und sollte es ein G2R geben, ist dieses Gesetz hoffentlich bald Geschichte. Im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums wurde wenig überraschend attestiert, dass natürlich die Pandemie einen sehr unfreiwilligen, aber doch einen Schub für die Digitalisierung in Deutschland gebracht hat. Ob der nachhaltig ist, da war man allerdings ein bisschen skeptisch. Zum Beispiel die Homeoffice-Nutzung in skandinavischen Ländern oft schon bei einem Drittel der Arbeitsplätze auch ohne Pandemie. Dieses ein Drittel haben wir nicht ganz, aber fast während der Pandemie geschafft und da ist man sich fast sicher, dass es nicht dabei bleiben wird, was aber für viele eine bedauerliche Situation wäre. Sehr kritisch, auch das dürfte niemanden überraschen, hat man die digitale Bildungsmöglichkeit während der Pandemie eingeschätzt. Sowohl in Schulen als auch in Hochschulen war es doch recht schwer, insbesondere in Schulen wirkliche digitale Bildung in der Pandemie zu bekommen. Ein Grund unter anderem nicht nur die schlechte Ausstattung von Schulen mit Internet und kompetenten Lehrkräften und Lernplattformen und all diesen Dingen, sondern flächendeckend in der Bundesrepublik die mangelnde digitale Infrastruktur. Kennen wir alles. Es kam auch die Rede natürlich auf die digitale Verwaltung. Hier wurde das OZG ein bisschen gelobt, kleines bisschen. Also insgesamt ist auch die Digitalisierung der Verwaltung kein Glanzlicht, muss man sagen und ich habe auch mal konkret nachgefragt, ob sie irgendeine Wirkung des Online-Zugangsgesetzes feststellen konnten. Da war die Antwort nee, aber sie hätten auch wenig Zeit gehabt für die Untersuchung. Also eine Wirkung konnte man noch nicht sehen. Die Ansätze wären richtig, aber es wäre ja auch ohnehin noch gar nicht fertig. Im Übrigen ist es auch nach wie vor ausgesprochen intransparent in dem letzten Digitalausschuss, ihr erinnert euch vielleicht, da hatte ich mal nachgefragt, wie viele der 315 als erledigt auf dem Dashboard der Bundesregierung angezeigten öffentliche Dienstleistungen sind denn wirklich elektronisch Ende zu Ende von einer Nutzerin erledigbar? Da gab es ja erst gar keine Antwort. Schriftlich wurde sie nachgereicht. Man könne das nur für Dienstleistungen des Bundes sagen und da wisse man, dass es insgesamt 45 Dienstleistungen sind. Also von 45 Dienstleistungen von 315 Abgehakten wissen wir, dass sie wirklich elektronisch Ende zu Ende gemacht werden können. Das ist jetzt wirklich kein Erfolg. Es gibt also schon das eine oder andere elektronische Verwaltungsangebot. Im Bericht wurde aber festgestellt, dass nur unterdurchschnittlich viele Menschen vorhandene Angebote nutzen, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Ich habe mal gefragt, warum ist denn das so? Haben sie da Erkenntnisse zu den Barrieren? Die Antwort war nein, dazu wissen sie nichts. Es gäbe aber irgendwelche Forschung, die läuft aber noch. Also habe ich Vertreter der Bundesregierung gefragt, die ihre Anwesenheit angekündigt und bestätigt hatten, ob sie wissen, was die Barrieren sein könnten und was sie dagegen tun, diese Barrieren abzubauen. Die Antwort war gar keine, aber diesmal nicht, weil die Bundesregierungsvertreter keine Ahnung hatten, sondern weil sie gar nicht da waren. Sie haben schlicht den Digitalausschuss geschwänzt, trotz Zusage und haben nicht mal abgesagt. Auch da fordern wir natürlich eine schriftliche Antwort nachträglich an. Was mich ein bisschen irritiert hat an dem Gutachten, dass da wieder relativ lang und breit die Auffassung vertreten worden ist, Datenschutz als irgendwie zu absolutes Grundrecht hätte so manche Dinge in der Pandemie verhindert. Das ist nicht so. Also es gab da drin sogar explizit das Beispiel, dass man Prioritätengruppen nicht zum Impfen einladen konnte, weil Datenschutz. Da empfehle ich euch, hier verlinkt und unten in der Infobox, guckt mal in den Dialog Digital, den ich vor ein paar Tagen mit Ulrich Kelber aufgenommen habe, wo wir genau über dieses Beispiel geredet haben, ob es wirklich irgendwie mit dem Datenschutz zu tun hat, dass über 80-Jährige zum Beispiel Niedersachsen nicht per Brief eingeladen werden konnten. Spoiler, nein, hatte gar nichts mit dem Datenschutz zu tun und für viele andere Ausreden gilt das auch nicht. Ich habe explizit gefragt, ob Ihnen denn nicht auch begegnet ist, dass ganz oft der Datenschutz herhalten musste als Ausrede für einen Pandemiebekämpfungsversagen in Politik, Behörden und Verwaltung. Die Antwort war ja doch, das hätte man schon gesehen. Es ist nur sehr bedauerlich, dass das überhaupt an keiner Stelle im Bericht auftaucht, sondern wieder nur das alte Märchen. Danach haben wir über das zweite Gutachten gesprochen von einer UNESCO-Kommission, die anhand verschiedenster Kriterien die Situation des Internets vor allem mit Bezug auf Menschenrechte untersucht, auf Pressefreiheit, auf Meinungsfreiheit, auf alle diese Aspekte, auch auf Gewaltfreiheit zum Beispiel. Da hat man allgemeine Kriterien entwickelt, um das zu beobachten und Erfolg zu messen und den Fortschritt, den man selber hat. Bis jetzt haben sich 20 Länder einer solchen Bewertung unterzogen. Deutschland ist allerdings das erste Industrieland und hier möchte man ein Zeichen setzen. Frankreich macht es auch, ist allerdings noch nicht fertig. Sehr viele Themen kamen da zur Ansprache, zum Beispiel eines, mit dem ich mich auch schon lange viel und intensiv beschäftigt habe, das Thema digitale Gewalt gegen Frauen. Das ist tatsächlich ein Massenphänomen im Internet und die Kommission stellte fest, was wir auch schon kritisiert haben, dass es viel zu wenig Daten und Forschung zu diesem Phänomen gibt und dass man da dringend etwas tun muss. Da empfehle ich unseren Antrag zur besseren Bekämpfung von digitaler Gewalt gegen Frauen mal anzugucken, auch der ist unten in der Infobox verlinkt. Natürlich hat auch dieser Bericht festgestellt, dass die digitale Infrastruktur in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern hinterherhinkt, aber das hatten wir gerade schon bei dem anderen Report und ohnehin schon ganz oft. Auch im Bericht enthalten mangelnde Medienkompetenz, vor allem mit Bezug auf Nachrichtenkompetenz, also die Fähigkeit, Desinformationen überhaupt zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten. Da wurde Deutschland aufgefordert, deutlich mehr zu tun. Kritisch sieht man auch, was es mit der Freiheit des Internets auf sich hat, vor allem mit der Überwachungsfreiheit. Man guckt sich also das Thema NetzDG und Staatstrojaner sehr genau an und vor allem sagt man, dass viele andere Länder hier auf Deutschland gucken, denn es gibt schon jetzt Länder, die, wie man sich dort ausdrückte, weniger robuste Demokratien haben, die jetzt zum Beispiel das NetzDG abgucken und das, ich finde es ja noch nicht besonders demokratisch, wie das bei uns passiert, aber wie es dann da umgesetzt wird, wird es wirklich noch viel schlimmer und es ist sehr bedauerlich, dass Deutschland da den roten Teppich für solche Maßnahmen ausgerollt hat. Was man Deutschland auch empfiehlt von Seiten der UNESCO-Kommission ist eine Gesetzesfolgenabschätzung und zwar immer dann zu untersuchen, ob möglicherweise Auswirkungen auf Menschenrechte zu beobachten sind, bei allen Arten Gesetzen, die mit dem Internet zu tun haben. Das soll zweistufig erfolgen, in einer ersten Stufe soll geguckt werden, gibt es überhaupt irgendwelche potenziellen Auswirkungen auf Menschenrechte, wie Presse oder Meinungsfreiheit und wenn die Antwort ja ist, soll es eine zweite Stufe geben, in der man genau untersucht, auf welche Art und Weise und ob es angemessen ist, hier die Menschenrechte zu verletzen. Eine weitere Rolle spielte auch, welche Unterschiede es demografisch gibt zwischen Menschen, die das Internet nutzen und nicht nutzen, denn Internetnutzung wird mit Teilhabe und Gestaltungsmöglichkeiten assoziiert. Die traurige Botschaft, Erwerbslose im Vergleich zu Erwerbstätigen nutzen viel weniger das Internet und arme Menschen auch viel weniger als Wohlhabendere, das bringt sie um Entwicklungschancen. Auch da sollte Deutschland dringend etwas tun. Kritisch gesehen wurden auch demokratische Beteiligungsprozesse, denn es ist extrem wichtig, dass Wissenschaft und Zivilgesellschaft an solchen Gesetzen beteiligt werden, die eine Auswirkung auf uns alle in der digitalen Gesellschaft haben. Und darüber sprach ich schon in anderen Ausschussreports. Es gibt immer wieder Fälle, wie zum Beispiel beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0, wo es dann sowas wie 24 oder 25 Stunden Beteiligungsfrist gibt. In so einer Zeit kann sich keine Zivilgesellschaft sinnvoll beteiligen. Das ist eine Verachtung demokratischer Prozesse und das wurde dort auch moniert. Die Zeitressourcen im Ehrenamt hat man dabei als besonders kritisch angesehen. Ein Wissenschaftler brachte aber auch noch ein anderes Beispiel, das mit Zeitressourcen gar nicht so viel zu tun hat. Er sagte, es geht auch um die Ernsthaftigkeit, wie man überhaupt Beteiligungsprozesse in die weitere Gesetzesentwicklung einfließen lässt. Und er beschrieb ein Beispiel, wo er selbst zu einem Gesetzentwurf kommentieren sollte, mitten in der Kommentierung war und dann erfahren musste, dass es bereits eine neue Version gab, die schon an die Europäische Union zur Notifizierung geschickt worden war, während er noch die erste Version kommentieren sollte. Da weiß er natürlich, dass sein Feedback da in keiner Weise mehr einfließen kann. So ein Beteiligungsprozess ist kein Beteiligungsprozess. Last but not least kam es auch auf eins meiner Lieblingsthemen noch zu sprechen, nämlich die Verbindung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Auch dazu wird es ein Kapitel in dem Bericht geben, der übrigens erst im Sommer veröffentlicht wird. Dann könnt ihr ihn alle lesen und könnt auch genauer nachlesen, warum es so wichtig ist, die beiden großen transformatorischen Prozesse unserer Zeit Digitalisierung und Klimakrise miteinander zu verbinden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Was mache ich denn jetzt mit 20 Minuten freier Zeit?